Moin Leute, Willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft. Und heute habe ich wieder auch bei dabei. Heute spielen wir das Labyrinth. Also das Labyrinth ist einfach natürlich ein Labyrinth. Und dazu gibt es Regeln. Also wir dürfen nicht außerhalb des Labyrinths durch uns ins Ziel reingehen. Dann dürfen wir keine Blöcke abbauen und wir sollen Spaß haben. Also sollen wir mal Spaß haben. Drei, zwei, eins, los! Ich gehe rechts. Ich habe gerade voll den guten Start, aber... Digga, ich bin... Wow, Digga! Keine Blöcke abbauen. Junge, da war so ein Ding. Was schießt das? Ah, da war so eine Mine. Hä? Ja, ich komme irgendwie nicht mehr weiter. Ich auch nicht. Ah doch. Digga, das ist auch nochmal schwer. Ja! Ich hätte es gar nicht so schwer erwartet. Hätten wir von oben nochmal geguckt. Hä? Digga, ich bin die Sackgasse. Ich auch irgendwie... Oha! 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 Gibt es hier nur einen Weg raus! Oha! 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 Junge, was ist das für eine Schuss? Ich habe es gleich, glaube ich. Guck mal, ich bleibe im Weg. Doch nicht, das war eine Sackgasse. Schwär, Mann. Steht da? Was ist das? Was ist das? Da steht irgendwas. Das ist Englisch. Das ist Drake. Das ist rechts abgefunden. Links, meinst du? Links. Geht doch nicht, Alter. Ich habe Ende gefunden. Ah nein, ich habe Anfang gefunden. Ich bin wieder ganz zurückgegangen. Wieso verarscht der mich? Das ist doch Ding. Wieso glaubst du ein Laborant? Wieso, oder? Alter! Ich bin auch noch etwas verirrt. schon ganz nahm ziehen ja ich dachte ich ja ich bin auch im ziel aber das war der anfang ja ja nie ab wo wir doch gestartet sind ja das laborium ist so schwer wir suchen jeden weg nur nicht abbauen ich habe gerade einen eingang ich bin ich bin gerade so abnummern am ende der gegenteil der namen schild ist er beim anfang das anfangen wirklich ja ich dachte auch schweben sie sind verwirrend die da ich bin jetzt nicht auf in das packen ich glaube ich hast du bist doch am ende wirklich ist dass er hier warte ich sehe dich siehst du bist du bist du bist du durchgekommen ich bin da ist ende wo wie hier und wo digga du musst hier außen hier ich komme da nicht hin ich höre dich ich komme nicht durch er ist sicher dass das das ziehen ist nicht da hinten du bist beim anfang guck mal das gebäude war doch auch dort ich finde einfach so warm du darfst aber nicht abmachen digga hier das ding steht da scheiße ich bin gestorben wie da war so wasser ich wollte so gucken was da ist da fällt mal runter wo ist das labyrinth digga ich bin durchs ding gestorben okay das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat dann gibt einen daumen nach oben mommy mom 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 Vielen Dank.